Ab 19. Mai, also in gut einer Woche, dürfen Hotels, Gasthäuser, Fitnesscenter und Kultureinrichtungen wieder aufsperren. Die Bundesregierung hat das gestern im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben und dafür die Details präsentiert. Im Zentrum stehen die sogenannten 3G, also Geimpfte, Genesene und Getestete. Aber Abstand halten und Maske werden weiterhin notwendig sein. Peter Teubenbacher mit den Details. Das viel zitierte Licht am Ende des Tunnels. In der Kornspeicherbühne in Wels in Oberösterreich sieht es so aus. Statt 140 dürfen dann aber nur 70 Personen rein. Die wirtschaftliche Situation ist natürlich prekär, das ist klar. Aber dennoch, wir schauen jetzt mal nach vorne, wir öffnen und spielen. Das ist, glaube ich, eine Freude für uns alle. Es ist aber auch ein wichtiger Turbo für den Arbeitsmarkt, denn wir können dort sehr viele Beschäftigte endlich wieder zurück an ihren Arbeitsplatz bringen. Gastronomie, Hotellerie, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Kultur. Limits für Gäste und Besucher gibt es überall und all diese Bereiche gehören dann auch zur 3G-Zone, die die Regierung heute vorgestellt hat. Der Bereich der 3G ist, wenn Sie so wollen, ja, getestet, geimpft oder genesen. Das muss man sein, wenn man zum Beispiel essen gehen will, egal ob man das mit einem Impfpass, einem Zettel oder per Handy bestätigen kann. Also das sind wir eh gewöhnt vom Friseur und von Körpern an Dienstleistungen. Also insofern hätte man das schon viel früher machen können. Also ich freue mich schon gerade, wir sind ja echt noch jung und möchten halt auch wieder raus. Aber auch das vorerst noch begrenzt, denn im Freien gilt auch ein Limit. Maximal 10 Personen dürfen sich treffen. Größere Veranstaltungen sollen dann ab Juli möglich sein, vorausgesetzt freilich die Infektionszahlen steigen durch diese Öffnungen nicht wieder an.